Ein Sof Aure, ein mit J geschrieben, ist eine der vielen Schreibweisen von Ein Sof Aure. Aure heißt unter anderem Licht, Urlicht und Ein Sof heißt nicht endlich. Es ist das nicht endliche Licht, das ursprüngliche, das absolute. Um mehr zu wissen über Ein Sof Aure, schaue nach unter Ein Sof Aure geschrieben mit Y.